Willkommen zu diesem Video. Wir sind wieder mal beim deutschen Satz und wir sind immer noch im Aussagesatz und wir versuchen, ihm eine syntaktische Struktur zu geben. In diesem Video setze ich voraus, dass Sie die anderen beiden Videos, das eine zur linken Satzklammer und das andere zur rechten Satzklammer und zum Mittelfeld bereits gesehen haben. Und lassen Sie mich bitte die Gelegenheit nutzen, Sie daran zu erinnern, dass Sie in diesen Videos nicht die theoretischen Konzepte und die Gründe dafür lernen können, warum wir das so analysieren. Diese Videos hier in dieser Serie sind wirklich rein praktisch darauf ausgerichtet, wie machen Sie das dann, wenn Sie vor einem Satz stehen. Wie kriegen Sie eine gute Analyse im Feldermodell oder in der Phrasenstrukturanalyse hin? Es geht hier nicht um die Grundlagen. Dafür müssten Sie in die Vorlesungen oder in Bücher, zum Beispiel in mein Buch, zurückgehen. Wir schauen uns jetzt mal einen Satz an und ich setze wieder voraus, dass Sie die Tests aus diesen anderen Videos noch in Erinnerung haben. Wir haben es jetzt also mit dem Satz zu tun, ich lese das Buch durch, weil es gut ist. Und ich habe Ihnen in dem anderen Video gesagt, dass Sie sowas hier, nämlich einen Nebensatz in dieser Struktur, in erster Näherung erstmal ignorieren sollen. Das heißt, Sie sollen sich diesen Tests, die wir jetzt auch gleich wieder anwenden, erstmal nähern, ohne Sätze zu betrachten, wo wiederum Nebensätze drin sind. Und wir sehen jetzt in diesem Video, warum das eigentlich ganz gut ist. Nun, woran sehen Sie, dass hier ein Nebensatz ist? Sie können natürlich sagen, hier, das ist ein Komplementierer und hier ist ein finites Verb am Ende. Hier haben wir sogar ein Komma, das ist auch ein sehr guter Indikator, wenn man es denn setzt. Und dann wissen wir, weil es gut ist, ist ein Nebensatz. Sie sehen das vor allem daran, dass Sie hier zwei finite Verben haben. Sie haben hier eins und hier eins. Und wenn Sie zwei finite Verben haben in einem Satz, dann haben Sie auf jeden Fall einen Nebensatz. Ein ganz normaler, einfacher, sogenannter Hauptsatz kann nicht zwei finite Verben enthalten. Wir beginnen jetzt einfach mal mit der Analyse dieses Satzes. Und ich würde Sie bitten, sich zu überlegen, was die linke Satzklammer von diesem Satz ist. Dafür haben wir ja auch einen Test besprochen. Halten Sie das Video an und überlegen Sie, was Sie jetzt machen würden. Um die linke Satzklammer zu finden, würden Sie den Ja-Nein-Fragetest machen. Das heißt, Sie würden aus diesem Satz die Ja-Nein-Frage, lese ich das Buch durch, weil es gut ist, machen. Und da sehen Sie, dass Lese in dieser Frage, lese ich das Buch durch, weil es gut ist, an den Anfang rückt. Und dann wissen Sie, das ist hier in diesem Satz, dieses Verb ist die linke Satzklammer, beziehungsweise das bewegte Verb. Davor steht irgendeine Phrase, in dem Fall eine NP, die ist auch bewegt. Und die macht in dem Fall das Vorfeld aus. Dann beginnt hier das Mittelfeld, beziehungsweise die VP. Und über den Rest machen wir uns jetzt Gedanken. Wie würden Sie weitermachen? Das heißt, Sie wollen jetzt die rechte Satzklammer dieser gesamten Struktur finden. Dafür haben wir einen Test besprochen. Halten Sie das Video wieder kurz an und überlegen Sie, was Sie machen würden. Es ist wahr, dass ich das Buch durchlese, weil es gut ist. Das ist der Test, mit dem Sie die rechte Satzklammer finden. Und zwar wie, Sie schauen einfach, wo hier die Kette von Verben steht, wo dieses linke Satzklammer-Verb dann hier mit drin ist. Und das haben wir jetzt hier schon gesehen, wir finden Durchlese. Und jetzt sehen Sie, warum es gut ist, erstmal die Fälle gedanklich abzutrennen, wo hier noch ein Nebensatz ist. Weil dieses Durchlese, also diese Kette von Verben hier nur mit einem Glied, steht nicht ganz am Ende von dieser Struktur. Und das heißt auch, wenn Sie jetzt gucken, was ist da von hier oben noch übrig, dann ist es nur die Verbpartikel und da kommt dann noch was. Es bleibt aber dabei, dass der Test funktioniert und Ihnen hier das richtige Ergebnis liefert. Denn das ist die rechte Satzklammer. Das ist der Verbkomplex. Das, was davon übrig ist, dieses Verb hier, lese, wurde da rausbewegt. Und hier ist die VP zu Ende. Und das Mittelfeld geht bis hier. Ein typischer Fehler ist, dass geguckt wird, ja, wo ist denn Verb am Ende? Das ist doch die rechte Satzklammer. Also geht das Mittelfeld bis hier hin und hier ist die rechte Satzklammer. Nein, dieser Satz hier, der ganze Satz, wie er hier steht, ich lese das Buch durch, weil es gut ist, hat seine rechte Satzklammer in der Mitte, vor dem Nebensatz. Und auch der Verbalkomplex steht an dieser Stelle. Das hier ist das sogenannte Nachfeld. Der ganze Nebensatz steht im Nachfeld. Der hat selber wieder in sich eine Felderstruktur. Das machen wir aber in einem anderen Video nochmal, da schauen wir uns die Felderstruktur von Nebensätzen an. Aber wenn Sie diesen gesamten Satz analysieren, ist das einfach nur ein Nachfeld. Wenn Sie den auch noch komplett analysieren wollen, müssen Sie eine komplett neue Felderstruktur aufbauen, die dann aber nur innerhalb dieses Nebensatzes gilt. Innerhalb des Hauptsatzes ist das das Nachfeld. Wo dieser Nebensatz im phrasenstrukturellen Modell steht, das ist eine Frage, über die sprechen wir nochmal in einem anderen Video. Das fehlt nämlich auch in der dritten Auflage von meinem Buch so ein bisschen. Wichtig ist aber, wenn Sie es nicht sofort alles sehen, wenn Sie das nicht schon so weit verinnerlicht haben, dass Sie da einfach drauf schauen und die Analyse wissen, dann machen Sie einfach diesen Test. Wir schauen uns jetzt noch einen Satz an, an dem man dann nochmal besonders sieht, warum es gut ist, diesen Test zur Hand zu haben, wenn man nicht das sowieso alles intuitiv schon gleich richtig erkennt. Wir schauen uns jetzt den Satz an, ich frage mich, ob das Buch gut ist. Ich würde Sie jetzt bitten, wieder zu schauen, wo ist die linke Satzklammer. Am besten mit dem zugehörigen Test. Halten Sie das Video kurz an. Frage ich mich, ob das Buch gut ist. Frage rückt da an den Anfang. Das heißt, wir haben hier wieder die linke Satzklammer, beziehungsweise das bewegte Verb. Wir haben das Vorfeld, beziehungsweise die, in diesem Fall ist es eine NP, die extrahierte Phrase. Dann beginnt das Mittelfeld, beziehungsweise im phrasenstrukturellen Ansatz die Verbphrase. Und jetzt schauen wir uns an, wie das mit der rechten Satzklammer ist. Machen Sie wieder den Test, überlegen Sie es sich und halten Sie dazu das Video an. Es ist wahr, dass ich mich frage, ob das Buch gut ist. Hier sehen wir wieder, wir haben die Kette von Verben, wo das Verb aus der linken Satzklammer im Nebensatz dann reinrutscht. Das ist der Verbkomplex. Und alles, was hier oben von dieser Kette übrig ist, ist auch hier oben der Verbalkomplex. Was ist das? Ich mache mal hier das Komma weg. Denn da ist nichts. Aber genau das, dieses Nichts, steht in der rechten Satzklammer. Da endet die VP. Und der Verbalkomplex, das wissen wir jetzt auch automatisch, ist leer. Dieses Verb wurde da rausbewegt und jetzt, da war halt sonst nichts und jetzt ist er leer. Jetzt sehen Sie aber das Problem, dass Sie nämlich hier etwas identifizieren müssen, nämlich die rechte Satzklammer, beziehungsweise das Ende der VP, wo gar nichts steht. Und in diesen Fällen geschieht es ganz besonders häufig, dass dann hier dieses Verb zum Beispiel von dem Nebensatz als rechte Satzklammer identifiziert wird, weil es steht ja ganz rechts, rechte Satzklammer. Es ist ein Verb. Wunderbar, muss wohl das sein? Nein. Und das sehen Sie an dem Test. Und denken Sie daran, wir machen diese Analysen nicht auf diese Art und Weise, weil wir es unbedingt besonders verschroben analysieren wollen, sondern weil in diesen Analysen die Satzstrukturen des Deutschen in ihren Beziehungen zueinander sehr gut abgebildet werden. Das Deutsche ist nun mal nicht eine Sprache wie das Englische oder Französische, wo die Konstituentenstellung in allen verschiedenen Satzarten und Nebensatzarten sehr ähnlich ist, sondern im Deutschen passieren zwischen diesen Arten von Sätzen diverse Umstellungsoperationen. Und diese ganzen Modelle, ob es nun das Phrasenstrukturmodell mit Bewegung ist oder das Feldermodell, versuchen das irgendwie abzubilden. Das war es schon für dieses Video. Ich werde mich in einem anderen Video gleich nochmal um die linke Seite kümmern, wenn da Nebensätze stehen. Das gibt es natürlich auch. Und das ist auch eine häufige Fehlerquelle. Fragen und Anregungen schreiben Sie doch einfach in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020